Leg dich schlafen, Susan! Jetzt keine Herausforderungen mehr, oder was? Wunden mich gerade ein bissl. Kann ich gerade sagen, so. Keine Herausforderungen mehr am Start, oder wie? Oder haben sie sich in der Mission vergessen? In der Mission haben sie drauf geschießen. Was? Wie viele Arme überhaupt? Hm. Ist wahrscheinlich eh noch nicht zu wirklich aufgefallen. Zumindest. Also, wie sowieso ist aufgefallen. Fast. Endlich. So. Wir müssen eh schauen, dass wir das schützen, weil da müssen wir eh so schnell wie möglich. Müssen wir definitiv eh so schnell wie möglich den Wecker. Sag ich ja. Ich habe Dr. Tompkins kontaktiert. Sie wartet am Treffpunkt. Ja, schön, dass sie beim Treffpunkt wartet. Sehr schön. Bin schon, bin schon unterwegs. Scheiß auf die ganzen Gegner. Gott sei Dank geht es sich auch mit dem Greifhacken aus. Gott sei Dank ist der Greifhacken so weit. Aber wenn der Greifhacken nicht einmal so erreicht wird er hier, dann bist du eh. Dann haben wir kompletter Marsch. Ab und zu. Ab und zu werden wir dann kompletter Marsch. Ah. Sieht sie, lucky you go. Er hat sich sehr viel gebracht. Das ist ja rumgefahren. Das wird eine Menge Menschen retten. Und egal was irgendjemand sagt. Für mich ist das heldenhaft. Ich helfe gern. Jetzt geh nach Hause. Hm, vielleicht redet er von der Signatur. Das können wir wirklich sein. Das könnt möglich sein. Vielleicht redet er von der. Bin schon da, bin schon da. So. Wenigstens den wichtigen erledigt. Erstens. 32. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. 32. Ich bin schwitzen. Ich bin definitiv in schwitzen. Wieso kriege ich trotzdem EP? Das irritiert mich immer. Jedes Mal. Ah ja, voll. Sollten wir auch erledigen. Natürlich die eine Mission. Was jetzt schon, dass ich wieder schimpfen werde. Obwohl die davor gar nicht einmal so schlecht waren. Obwohl die gar nicht mehr so schlecht waren, muss ich sagen. Die waren wirklich gar nicht mehr so schlecht. Aber ich bin gespannt. Das kann wieder was werden. Das wird aber wieder lustig. Das wird wieder leuer. Auf das freu ich mich wieder. Das taugt mir. Da fahre ich gern. Ja, wenn halt nur die FPS halt dann mitspielen, ist halt natürlich was anderes. Aber das mach ich gern. Das taugt mir voll. Das ist ja voll meins. Das ist ja zu heftig schwer, aber dennoch eine kleine Herausforderung. Das taugt mir voll. Mhm. Kann man, kann man gerne öfter smocken. So welche Sachen. Also noch mehr. Ja. Du musst uns halt aber nur halt ein bisschen an die FPS schrauben. Und ich frage mich halt, wie viele Rennen es von denen gibt. Das ist das. Das ist ja wieder das nächste. Mhm. Ja, da kriege ich wenigstens ein bisschen ein Plus. Sehr gut. Brauche ich eh. Brauche ich eh. Das war jetzt gut. Da habe ich mich wieder ein bisschen gefangen. Von den Punkten her. Da habe ich mich definitiv wieder ein bisschen gefangen. Aber sehr gut gefangen. Sehr gut gefangen. Sehr gut gefangen. So weit so gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt ist der Schüler. Der weiß. Da muss ich anscheinend schon fast fertig sein wieder. Richtig und richtig. Freut mir. Freut mir. Gehört sich so. Gehört sich so. Gehört sich so. Jetzt mal wieder rauf mit uns. Jetzt. Wird eh wahrscheinlich wieder das gleiche sein wie was wir in der vorigen Nacht gemacht haben. Nein. Gehört sich. Es gab berichte über verdächtige Aktivitäten. Das Gute ist wenigstens 31. Da kann ich wenigstens mehr machen. Ich kann ja wenigstens mehr machen. Immerhin. Zwar nicht jeden, aber die meisten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es tut mir sehr leid, läuft hier richtig bei uns. Ja, dann mal los. Ich habe definitiv recht. Aber jetzt ganz schnell. Ich würde aber dennoch sagen, dass wir, glaube ich, alle erledigen müssen, oder? Das glaube ich schon. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Ich wollte gerade sagen, den habe ich jetzt fast so schön gehabt. Jetzt muss man da unbedingt am Arsch gehen. Oh, 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 oh. Nicht so schnell. Meine Hübsche. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch mal endlich einen von der Fahndungsliste da kriege. Das ist ja super. Wollen wir da schon langsam suchen, Alter? Da muss man ja auch endlich fertig werden. Fahndungslisten. Wollen wir nicht einfach so stehen lassen. Ich mache das schon hunderttausend Mal die höchsten. Ich schaue nicht einmal, ob es hoch, niedrig oder sonst was ist. Keiner von denen da am Start. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, sagen wir mal. Hallo. Vielleicht weißt du gerade der ein oder andere was. Das kann auch unmöglich sein. Oite Pappen. Ich bin gerade dabei, den zu erledigen, Alter. nicht gern. Ich versuche eh. Du hast eh recht. Er war eh vom Wasser redet. Jodt schlecht, Digi. So. Ach, schade! Er hat leider nichts zum Reden. Er hat keine Mitsprache-Recht, dementsprechend weiter geht's. Schade, was für so ein Typ ne was ein Granatenwerfer in der Hand hat, hat dann ja vielleicht geklappt, dass der dann wenigstens dann doch ein bisschen nackt hier am Start hat, war ein Scheißdruck, oder? Ja, relativ viele Gegner zu steppern. Das sind relativ sehr viele Gegner hier am Start. Mhm, solange das noch keiner mietkriegt ist, alles in Ordnung. Ah, jetzt haben wir mal so einen Hoverer. Ich wollte gerade sagen, so, das sucht man anscheinend überhaupt nicht, aber passt eh. Verlangt den Schaden, den Sie hier haben, in der Hand ist der Fall und den Schaden zu nennen, nicht zufrieden. Ach, der führte jetzt mal nur Matt Meyer gehen. Diesmal ist mir das wichtig. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ist das erste Mal, dass ich ein Wichtigerami so Dinge habe? Dementsprechend bin ich unso motivierter. das ist geil das ist geil wenigstens ein netter Versuch hoppala hoppala er hat mich drauf gewischt Eifohl ja das hauptsache ich hab den Einhaber ich hab mich so dermaßen auf diesen Einhaber da gestürzt ich hab da komplett vergessen komplett drauf komplett vergessen oh shit ich würde mal den hier machen ah ja voll die sind hier gegen uns ok dann wirds wirklich an der Zeit weg hier hoffentlich schießen die jetzt nicht auf uns würde mal sagen machen wir mal das uuuuuh da kriegen wir aber sehr sehr gute Sachen bist du deppert bist du deppert des schmeckt des schmeckt oder da kriegt man hunderttausend leckereien da kriegt man was süßes oh mein Gott ja ohne spaß oder lotter legendäre Sachen oder ist es na das ist nicht legendär ist hier ruhig der leckere ist nicht so gelbartig was machst du ja er ist heroisch heroisch definitiv heroisch so boah du digi da kriegen wir das sollte jetzt normalerweise mal einer weniger werden ja 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 schau das an da noch raus schau definitiv so da noch raus ist schon mal einer weniger ah das ist aber halt Verteidigung das ist ja nichts obwohl wenn ich das aber wenigstens tausch mit so graue Sachen dann ist wieder was anders mhm 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 dann ist es definitiv besser ja definitiv zeig mal her was haben wir da modmäßig das mit dem du hast tauscht und das mit dem 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 lustige let's go nicht zu lange drüber nachdenken Hat mir zwar jetzt Zeit gekostet, aber Zeit, was ich quasi investiere. Das geht nicht, das geht nicht, wenn ich zu der Höhe komme, dann muss ich auch ganz was anderes machen. Hauptsache wir haben es geschafft, ist mir wurscht, ist mir wurscht, normalerweise hätte ich es zweimal, scheiß drauf, scheiß drauf, ich bin weg von dieser Drecksmission, ich hasse sie, ich hasse sie wie die Pesta, das ist so schrecklich, so schrecklich. Ah, da haben wir wieder mal was ganzes Nettes mit ein paar Polizisten, oder was? Ich mach mal den hier, leg dich mal hinschlafen, dass du einen in die Bappen kriegst, du armer du. Hab ich dich. Das ist wenigstens eh hoch zu 20, das ist eh nicht zu schlimm. Mies, miese Nummer, miese Nummer. Hab's aber trotzdem immer voll auf sie abgesehen. Hey, meine Große. Wieder. Insta-Kill, Bitch. Feierlich, feierlich, Edeporte. Ja, mach den Großen für mich, hast du recht. Hast du recht, mach den Großen für mich, hast du recht. Ah, ging's nicht aus. Uuuuh, schön ein in die Bappen. Schön kassiert gehabt, also die mit der Drohne. Gut, man taugt. Sehr gut. Passt, wo man sich gleich Punkte hat. Bam, 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 bam. Uuuund, wo man sich da ist und dann geht's, glaub ich, eher schon. Hab ich dich. Oh, das ist ja ein Verbrechen, ist ja jetzt der zu weit weg. Kann man gerne machen. Kann man definitiv gerne machen. War das einer dieser welcher? Hm. Na komm schon. Tut was? Ähm, ich hab mir eher gedacht, ob die Hälfte ist. Oh, Bro. Ist wieder mal eher wenig groß. Ah, immerhin. Ich hab mir schon Tauch gehabt, sodass wir jetzt ein Mann schon werden. Oh, der hat aber so Glück gehabt, Alter. Er hat so ein Glück gehabt, der Hund. Na, dem jetzt ein bisschen läuft, das Glück. Dem jetzt ein bisschen zu viel Glück. Oh, shit. Passt. Ich hab's auch gehabt. Gehen wir zu unserer Mission. Ich bin gespannt, was uns im Arkham Asylum alles erwarten wird. Pistote, Pistote, Pistote. Es kann lustig werden. Das kann was werden, Leon. Das kann definitiv was werden. Ab ins Arkham Asylum. Let's go. Ich bin gespannt. Das Wetter sagt eh schon, wo es ist. Duuuch. Duuuch. Hehehe. Hehehe. Er grossed the map. Kann der auch da oben sein? Hehehe. 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 Aber das ist schon alles in Trümmern und alles ist, finde ich bemerkenswert. Komplett verlassen. Hehehe. Verstanden. Halten Sie den Kontakt. Mich würde es dann wirklich halt eher so interessieren, ob dann vielleicht die eine oder andere Frage beantwortet wird. Indem man sagen können, okay passt, das und das ist vielleicht mit dem oder mit dem Schurzen passiert. Würde mich jetzt interessieren, weil, hallo, wo sind so viele ikonische Gegner? Sind schon längst vergessen worden oder was? Die Liga muss das arrangiert haben. Wo sind sie jetzt? Bis auf Spinnenweben und Schlamm. Sieht das Labor dem von Langstrom Glockenturm? Ich hab einen großen Tank gefunden. Wofür halten wir das? Mal sehen, was Talia und Langstrom hier vorhatten. All diese Sehren hier. Die haben einfach drauf los probiert. Genetische Marker. Langstrom und die Liga spielen wirklich gerne Gott. Wer meldet sich denn freiwillig für so einen Scheiß? M01 hat überlebt, okay. Ja, da würde ich den nochmal nehmen, oder? Hm. 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 Das würde ich halt entweder mit dem oder mit dem markieren. Ja. Weil das Talia da hier was damit zu tun hat, das ist irgendein Ekel, oder? Wo mein Gott, auf 200% so gehört es sich. Haha. Ja voll! Weil ich denke, zu 100% 100% ist mir nicht schlecht. Aber 200, 200 ist aber komplett übertreiben anscheinend. Durch die Versuche haben die Probanden unglaubliche Kräfte entwickelt. Sie haben Schalltests im Turm des Anwesens durchgeführt? Aber warum? Ich lade jetzt die Daten runter. Alter, ich glaube, das wird nichts mehr. Schmutsch, alles durch, Alter. Ist gut, der Eppert. Glockenturm, wir haben keinen Strom. Den Plänen zufolge steht im Keller ein Notstromaggregat. Mit einem alten Hochsicherheitstrakt. Das kann wieder lustig werden. Aber ich hoffe, dass man trotzdem schon einmal langsam so dieses Gefühl kriegt von... Okay, passt. Dort und dort ist der und der gelandet. Oder das und das ist mit dem Charakter passiert. Das ist mir halt ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig. Kannst du mal reinschauen und sagen, ob wir uns wegen irgendwas Sorgen machen müssen? Danke. Wir wühlen uns durch die Daten und sagen Bescheid, wenn wir was finden. Boah, das schaut so aus. Was haben wir denn da Schönes? Die gute alte Elektrotherapie. Alles klar. Also auf Rezept, Bruder. Also in der Aki haben, da kriegst du definitiv mehr als genug Rezepte. Die ballern dich voll mit 100.000 Medikamenten. Ich sag's dir. Aber sowas von. Die ballern dich einfach nur zu. Gespürst du noch was? Ja. Noch mehr Tabletten. Gehen wir. Das war anscheinend noch immer zu wenig. Also wenn ich da nicht einen von die Raterolen oder einen von der Liga treffe, dann weiß ich überhaupt auch nicht. Batman hat hier viele Schurken eingebuchtet. Oh ja. Und ich würde auch das ein oder andere mal wissen von dem ein oder anderen Schurken. Das wäre mir ehrlich gesagt halt sehr, sehr wichtig. Ich würde da vielleicht jetzt mal von dem ein oder anderen Schurken da mal ein bisschen was erfahren. Die Insassen, die dort gestorben sind. Nicht hilfreich. Und wir haben... Plötzlich erwachen die Toten. Alles klar. Es wäre ein bisschen sehr bitter. Professor Pixzelle. Geil. Na wenigstens wird der ein oder andere erwähnt. Immerhin. Aber dennoch. Würde ich gern, gern, sehr gern wissen. Weil wer war drinnen, waren fast mehr als die Hälfte hier drinnen. Weißt du, so einfach so, dass wir sagen können, okay, passt. Dass wir mal nicht so drüber reden können. Wer ist hier gestorben von den Schurken? Wer nicht zum Beispiel. Das würde mich halt sehr, sehr interessieren. Das würde mich halt wirklich sehr, sehr interessieren. Damit ich so einfach so weiß, okay, passt. Das, das, das. Ein bisschen so Fragen beantworten wäre super. Wieso oder weshalb? Ja, weil halt... Trümmer. Wow. Schön und gut wegen ein paar scheiß Trümmern. Aber dennoch. Das ist nicht befriedigend genug. Wegen ein paar Trümmern. Was ist genau passiert? Wieso sind da Trümmer und alles drum und dran? Wer hat das schon wieder... Der war schon wieder gebetet. Mr. J oder was? Bitteschön. Ah, den hat es aber schön erwischt. Den hat es aber trotzdem schön erwischt. Ja, ja. Ja, Stickele. Stickele. schnicker nehmen wir haben böse jetzt der schnicker nehmen definitiv böse hätte ich locker erledigen können locker sehr gut gemacht sehr gut gemacht so dermaßen auch verdient doch noch welche ganz toll das ist der einzige hier gibt es nicht der einzige der gegner der hier kommen weiter stellt mir nicht Hauptsache besiegt. Das ist auch motiviert. Sagst du, das ist auch motiviert. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn in dem Raum auch gleich wieder welche da sind. Müssen wir das nicht? Erstmal wieder runterladen oder was? Das ist im anderen. Anscheinend für ein Stromkabel zum Turm. Noch ein. Das war anscheinend nicht gut genug, oder was? Nein. Okay, ich hätte mir eher gedacht, wir werden dann noch ein bisschen stierdeln müssen und dann gemäß dorthin, aber ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung. Unglaublich, dass Arkham immer noch steht. Wer das Fundament gebaut hat, hat gute Arbeit geleistet. Oh ja, aber er schaut richtig sexy aus. Richtig geil. Dennoch würde ich halt gerne das eine oder andere wissen. Ein oder andere Schurken. Machen wir jetzt ein paar Türen schon von selber ab, oder was ist da los? Ja, damit sie wenigstens ein bisschen was zum Lesen haben. Ja, der Hugo Strange, der braucht eh sicher ein bisschen was zum Lesen. Wenn wir sicher sind, fahrt. Den Buhren. Okay, ich hätte mir doch gehabt, da komme ich irgendwo durch, aber scheiß drauf. Oh, ich schaue dir hier wie eine Bombe aus. Ich muss erst die richtige Frequenz finden. Schaut für mich eher so noch Bomben mäßig aus. So, warte, 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 warte. Da brauche ich das. Brauche ich genau das Zeichen da. Na also. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Kabel ist das Violette. Was brauchen wir da? Na, wir brauchen mal was anderes. Passt. Sehr gut. Ja, im Prinzip kann ich eigentlich die ganze Zeit so herumdrücken. Wird schon passen. Ja, wollen wir das in einem mal anschauen? Hä? Oder, wurschen könnt's wie man handeln. Okay, nächstes Zeichen. Oder was? Achso, ich kann eh schon draufdrücken. Achso. Jetzt ist die nächste Runde, oder wie? So, das blaue Wild, das ich das gewählte habe. Alles klar. Na, das größere gewählte. Dann gibt's wieder noch ein extra gewähltes, großes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das ist klar, ne? Passt. Wichtig und richtig. Im Endeffekt. Ich kann eigentlich einfach so herumdrücken und dann passt das schon. Wenn ich nicht so herausfahre. So nicht. Also, so nicht? Okay. Okay, finde ich aber interessant. Wenn er sagt, so nicht. Das finde ich aber interessant. Das Kabel zeigt mal das an. Das Kabel zeigt mal das an. Ha. Oder. Oder es verarscht mich. Das kann auch sein. Das kann aber auch sein. Vielleicht, dass ich halt das quasi so machen muss. Das ist dann... Warte, 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 warte. Das ist vier. Das ist drei. Kann das zwei sein und das eins? Okay, das ist zwei. Passt, dann machen wir das... Machen wir das so. Eins. Zwei. Dann kommt dieses nächstes. Ich hoffe, das war jetzt drei. Dann mache ich das natürlich mal mit Absicht falsch. Dann ist das drei. Also, wenn so meine Theorie halt richtig ist. Und das muss jetzt vier sein. Also, immer eins nach dem anderen. Ja. 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 Man hat gepasst. Damit wurden Schalltests an den Freiwilligen durchgeführt. Freiwilligen. Wer ist da bitte freiwillig? Wer im Gottesnamen ist hier bitte freiwillig? Dann siehst du, was ich gesehen habe. Talia hat eine Lazarusgrube. Langstrom hat ihr den Weg geäbelt. Ganz recht. Aber wo ist die Lazarusgrube? Sicher in der Nähe. Direkt unter Gotham. Der Tank. Nee. Nee. Aber was war drinnen? Oh nein. Was für ein heftiger Gegner war da drinnen. Zeig her. Zeig her. Ach du Scheiße. Ganz ruhig, Robin. Es hat bestimmt mehr Angst vor dir. So könnte ich schon vor Sankment beden, oder? Ich glaube, so heißt er, oder? Kann das sein? Aber ich glaube, das ist eh nicht der Wissenschaftler. Bla, bla, bla. Das ist halt einfach irgendeiner. Oh, fuck. Oh, fuck. Robin, du bist am Arsch. Er ist sowas von am Arsch. Das kannst du definitiv lustig werden. Oh, das ist ja gar nicht. Ich kann nicht gleich ein Gegner. Huch. Mal abchecken, wie der so läuft. Mhm. 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 Ist jetzt nicht so schlimm. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ist nicht so extrem. Ist nicht so extrem. Aber er kann was. Wenn er deppert ist, er kann was. Deppert ist er nicht. Ja, und er ist mein Bad. Ist aber nicht der richtige. Mein Bad. Will ich nur mal kurz dazu sagen. Ist nicht der richtige. Den wir es wie halt kennen als Doktor und alles. So gut kann es auch sein. Vielleicht ist es halt früher schon mehr gegangen, dies zu sehen. Und es ist aber einfach wiederbelebt. Das kann gut möglich sein. Das kann sehr, sehr gut möglich sein. Vielleicht haben sie wiederbelebt. Oh, komm. Bisschen Feuer. Bisschen Feuer unter dem Hintern. Fehlt nicht mehr viel. Fehlt nicht mehr viel. Er geht aber eh schon weiter. Wäre aber auch geil, wenn da noch so eine separate Mission noch dazu kommt. Ich weiß nicht, weil er ist ein Doktor mit seiner Frau. Die ist das jene seiner Frau ist ja dann auch noch so geworden etc. Ja, da gibt es ja noch eine richtig geile Geschichte dazu. Ist auch ein sehr cooler Gegner. Den hat man aber auch in der Arkham Knight Reihe. Also in Arkham Knight hat man ihn. Dem Spiel trifft man ihn auch. Ist schon recht witzig. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh nein. Sind Sie da? Melden Sie sich. Rufen Sie Lucius an und schicken Sie die Drohne. Ich treffe Sie unterwegs. Los. Ob wir da sind?